Heutzutage und ich bin es, euer Marshall T. Im richtigen Leben bin ich bei Thomas Heri und betriebe seit 2006 eine Wrestling-Schule in Rohrbass. Wir trainieren alles, was Wrestling betrifft. Ganz am Anfang lernen wir zu eigener Sicherheit das Fault-Training und wie man den Griff richtig ansitzt. Als nächstes lernen wir mit den Gegnern umzugehen, dass man weder sich selber noch den Gegner verletzt. Wer das beherrscht, lernt die verschiedenen Moves und wie wir das Match dort richtig aufbauen. Wir organisieren auch Shows, wo unsere besten Schüler gegen internationalen Schulen und internationale Grössen angetreten. Ebenfalls schaut sie auch gerne bei unseren Trainings vorbei und dort geben sie uns wertvolle Insider-Tipps. Wer das beherrscht? 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 Wir melden euch jetzt an für ein kostenloses Probetraining. Bis zum nächsten Mal.